ja hallo seid mal wieder gegrüßt und heute präsentiere ich euch mal was er aus der ecke für den heimwerker ihr kennt sicherlich ihr habt alle ein akkubohrer also bzw akkuschrauber und da habt ihr sicherlich schon mal festgestellt es gibt nur sicher nur bits die man dann hier einsetzen kann und das war's was nützt es wenn man einen akkubohrer hat oder bezahlen akkuschrauber mit einer zusätzlichen stufe zum bohren ja entweder man kauft sich sehr teuer einen aufsatz wo man ein bohrer mit einspannen kann oder man geht den günstigeren weg man holt sich eine packung mit schrauber sehr schön war fand ich günstiger weil ja zum vorbohren für schrauben oder für andere kleinen holzplätze die jetzt nicht so intensiv sind oder für mauerwerk reicht das völlig aus ich wollte mir nicht extra so ein spannmodul holen weil es mich letztendlich teurer gekommen ist als wenn ich mir diese bohrer schien gekauft hätte ja wir holen packen das ganze mal aus sie kleben sie kleben etwas ja ich weiß nicht ob es jetzt das öl ist jedenfalls ja sie so viel dazu es sind 246 18 12 13 stück an der hand beginnen mit dem kleinsten der hat 1,5 und der größte in dem bit satz hier hat 6,5 ja und dazwischen findet ihr alles eine ganze menge an auswahl ähm gut es wäre ja kein test wenn wir nicht mal einfach ein bohrer nehmen wir spannen mal ein so viele haben ja mal darüber berichtet dass es angeblich dazu sehr wackeln soll also ja es wackelt es ist in der tat so aber jetzt nicht gravierend gehört dann schalten wir den mal auf die maximale stufe und wenn dann machen wir auch gleich einen richtigen test wir gucken uns jetzt noch mal von der seite ja leute was soll ich sagen es funktioniert aber jetzt nicht großartig feststellen können dass es hier sehr wackelt es bleibt in der spur ja es ist ein kostengünstiges upgrade kit sagen wir mal würde ich euch auch an herz legen wenn ihr nicht so viel bohren tut beziehungsweise nur was zum vorbohren braucht oder eben wie in meinem fall hier mit holz arbeitet dann leute es reicht es ist ein wirklich günstigeres angebot im gegensatz zu baumarkten wie bauhaus oder hellweg und selbst bei konrad ihr werdet es nicht günstiger finden schlagt hier zu dann seid ihr erst glücklich ich packe die dinge jetzt bei mir mit in den kofferschienen mit rein und dann war es das ja in dem sinne würde ich einen schönen guten morgen und einen wundervollen nachmittag und einen absolut wunderschönen abend wann immer ihr dieses video sehen werdet und ich würde mich freuen euch beim nächsten video wieder zu sehen alle anderen ich habe es bis jetzt nicht gesagt aber ihr könnt meinen channel abonnieren ich werde noch weitermachen in dem sinne wunderschön und goodbye